Ganz wichtig ist es, dass ihr beim Sitz auf ein erhöhtes Becken achtet. Das Becken soll immer höher als die Knie sein, damit der Abfluss natürlich gut funktionieren kann. Wenn die Energie etwas abfällt am Tag, was sicher mehrfach der Fall ist, ist es wunderbar, genau in der Richtung, wie wir die Übung mit dem Handtuch gemacht haben, auch einfach mal die Beine auszustreichen. Von innen, oben, über die Oberschenkel und über die Außenseite wieder nach unten. Und das vier, fünf Mal gemacht, hebt die Energie direkt an. Probiert es einfach aus.